Gut, kommen wir zurück zur Geige. Denken wir mal von Musiklehrern nach. Also Geige spielt unser nächster Künstler. Und ich sag immer über ihn, der ist so der Paganini des neuen Jahrtausends. Der macht so zwischen Mozart und Metallica eine ziemlich gute Figur. So, würdest du es übernehmen, ihn jetzt anzusagen, wer kommt jetzt? Sag mal den, mach mal richtig groß, meine Damen und Herren, jetzt, weil der ist ein Superstar. Meine Damen und Herren, jetzt kommt der einzigartige, der Superstar, der David Garrett. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020